Dover-Dover liegt an der engsten Stelle des Ärmelkanals zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland. Für die meisten Touristen ist die Stadt in der Grafschaft Kent nur eine Transferstation auf ihrem Weg zwischen England und Frankreich. Dover hat jedoch mehr zu bieten. Seit etwa 50 n. Chr. ist die Stadt am römischen Hafen Portus du Briss dauerhaft besiedelt. Hintergrund Die ältesten Funde aus der Gegend um Dover stammen aus der Bronzezeit. 1974 waren es Bronzen der Äxte, die wahrscheinlich aus Frankreich stammen, 1992 fand man die Reste eines etwa 17 m langen seetüchtigen Bootes. Beide Funde sind im Dover-Museum zu besichtigen. Aus der römischen Zeit gibt es naturgemäß eine größere Anzahl von Relikten, schließlich hatte die Besatzungsmacht im Portus du Briss ihre Flotte Classis Britannica stationiert. Im Mittelalter gehörte Dover zu den Schinkwehrports, einer Vereinigung von zunächst fünf Hafenstädten zum Schutz der Küste Britanniens. In der Neuzeit wurde der Kanalhafen stetig ausgebaut, gleichzeitig wurden auch die Befestigungsanlagen der Stadt verstärkt. Mit der Eröffnung des Eurotunnels im Jahr 1994 verlor jedoch der Hafen von Dover etwas an Bedeutung. Mit dem Flugzeug die nächstgelegenen Flughäfen sind die in und rund um London. London City Airport, ca. 130 km, wird und andere von Dresden, Frankfurt am Main, Nürnberg und Paderborn angeflogen. Gertweg, ca. 130 km, liegt südlich von London und wird und andere von Berlin, Bremen, Düsseldorf, Friedrichshafen, Hamburg und München angeflogen. Stenstedt, nordöstlich von London, ca. 160 km, wird von Billigfliegern und andere von Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt-Hahn, Hannover und Memmingen angeflogen. Der Flughafen Hisro liegt von Dover aus am entgegengesetzten Ende von London und damit deutlich ungünstiger. Mit der Bahn Dover Prairie Der Bahnhof Dover Prairie liegt an der Vogstenroth. Er ist ca. 10 Minuten zu Fuß von der Penzesterroth entfernt. Verbindungen gibt es und andere nach London, St. Benkris, Karinkross und Victoria, Canterbury, Rochester und Margit. Dover Prairie ist per Bus vom Fährhafen zu erreichen. Fahrpläne und Preise siehe Homepage des Haus Eastern Railway oder auch bei National Rail. Mit dem Bus National Express, Route 007 von London-Victoria-Coach-Station über Medston, Canterbury nach Dover und weiter nach Diel. Die Busse halten in der Penzesterroth. Auf der Straße von Dover geht der A2, Wattling Street, in Richtung Canterbury, dann weiter als Autobahn M2 nach London. Der A20 geht von Dover nach Fuchston und weiter als M20 nach London. Der A256 geht von Dover nach Ramsgate. Mit dem Schiff der Fährhafen von Dover ist mit rund 14 Millionen Reisenden pro Jahr einer der größten Passagierhäfen Europas. Die Strecke von und nach Kalle wird von folgenden Fährgesellschaft bedient. Der FDS P&UO My Ferry Link Die Strecke von und nach Dankag von Der FDS Dover wird auch häufig von Kreuzfahrtschiffen angefahren. Mit dem Fahrrad die Eurovelo 2, auf gleicher Strecke verlaufend wie die NCN 1, und die NCN 2 beginnen bzw. enden in Dover. Zu Fußwanderer auf dem europäischen Fernwanderweg E2 betreten oder verlassen in Dover die britische Insel, mit der Fähre vom kontinentalen Festland kommend oder dorthin übersetzend. Burgen, Schlösser und Paläste Hinweise Der Weg hinauf zur Burg ist recht steil, teilweise 13 Prozent, von der Bushaltestelle in der Penzester Road kann man mit der Linien 15, Stagehout, fahren, Fahrpreis pro Strecke 1 Pfund und 30 Benz, Stand 2015. Die Besucherzahl in den Tunneln ist auf 1.000 pro Tag beschränkt. Geschichte Die Burg, die über dem geschäftigen Hafen thront, ist ein imposanter Anblick, sowohl vom Land als auch vom Meer aus. Der Standort ist schon lange von Bedeutung, eine erste Befestigung aus Erdwellen entstand in der Eisenzeit. Die Römer errichteten einen Leuchtturm, neben ihm steht eine Kirche aus angelsächsischer Zeit. 1066 verstärkte Wilhelm der Eroberer die Befestigungen, im 12. Jahrhundert wurde der mächtige Bergfried errichtet, im 18. Jahrhundert entstanden moderne Kasernen. Das ganze Gelände, bis auf die Meerseite, wird von einer mittelalterlichen Ringmauer eingefasst. 2009 wurde der Bergfried nach einer Restauration in deren Verlauf die Räume so rekonstruiert wurden, wie sie 1184 beim Besuch des Königs ausgesehen haben, wieder eröffnet. Bergfried Der Bergfried, der sogenannte Grättauer, wurde in den 1180ern im Auftrag von König Heinrich II. errichtet und prägt das Erscheinungsbild der Burg. Der Grättauer diente vorrangig als großzügiger Wohnbereich für den König und als Unterkunft für wichtige Gäste, die hier auch unterhalten wurden. Heute sind die Räume im farbenfrohen Stil des Mittelalters ausgestattet. Mithilfe verschiedener Experten wurden die Einrichtung, die Gebrauchsgegenstände, Wandbehänge und die Beschläge von Türen rekonstruiert. Zu sehen sind und andere die Kings Hall, die Kings Chimba, die Grät-Chimba in der der König und sein Gefolge dinierten sowie die Gäst-Chimba in der wichtige Gäste schliefen. Dover Castle während des Zweiten Weltkriegs Im Laufe der Jahrhunderte wurde in die Kreidefelsen unterhalb der Burg ein weit verzweigtes Tunnelsystem gegraben. Die ersten Tunnel entstanden im Mittelalter. Im 18. Jahrhundert stieg wegen der Gefahr einer Invasion durch die Franzosen der Bedarf an Kasernen und Lagerräumen, diese wurden dann 15 Meter unter der Erdoberfläche errichtet. Während des Zweiten Weltkriegs dienten die Tunnel als Ausgangsbasis für Admiral Remsys Koordination des britischen Expeditionskorps während der Evakuierung von den Stränden in Dünnkirchen. Die Operation Dynamo hatte ihr Nervenzentrum tief im Tunnelsystem, hier arbeiteten Remsi und sein Team neun Tage lang unaufhörlich, 339.000 Menschen konnten gerettet werden. Besucher können heute einen Rundgang durch die Tunnel unternehmen. Im Tunnel wird man in die Notlage eines fiktiven Piloten versetzt, der über der Küste abgeschossen wurde. Der darauf folgende dramatische Kampf um sein Überleben wird mit Audiokommentaren, Soundeffekten und Gesprächsfetzen dokumentiert. Man kommt an rekonstruierten Schlafsälen, Kantinen, Waschräumen und einem provisorischen Operationssaal vorbei, der genauso eingerichtet ist wie zu dieser Zeit. Dahinter ist das Herzstück der Operation Dynamo. Museen Museumsmühle aus der viktorianischen Zeit, Café Aktivitäten Boottouren Bootfahrt mit der Sadankwinn entlang der Kreideküste mit Blick auf Doverkassel, den römischen Leuchtturm und die angrenzende Kirche St. Mary. Außerdem passiert man den Hafen mit den Fähren nach Frankreich. Praktische Hinweise Offizielle Internetseite der Stadtverwaltung, Englisch Telefon, Vorwahl 01304, vom Ausland plus 44 1304 Postleitzahlabschnitt, CT 16 und CT 17 Ausflügeshaus vor Eland Lighthouse Hinweise, der Leuchtturm ist nicht mit dem Auto zu erreichen. Es gibt drei Möglichkeiten, hierher zu gelangen. Parken am White Cliffs auf Dover Visite Centre und dann zwei Mi 3 Kilometer über die Klippen laufen, Sachsen-Schorway, ausgeschildert. Parken an der St. Magrits B. Der Straße B. Hilberg auffolgen, dann links in die St. Magrits Route, links die Beach Route und bis zum Ende gehen. Am Zauntritt ist der Sachsen-Schorway beschildert. Ihm über das Lighthouse da und folgen. Die Strecke ist ca. 1 Mi 1,5 Kilometer lang. Der NCN 1 verläuft auf ca. 800 Meter am Leuchtturm vorbei. Das viktorianische, erbaut 1843, Schaus-Vor-Eland-Leithaus steht auf dem Schaus-Vor-Eland der St. Magrits B. bei Dover. Es warnte die Schiffe vor den Gurt Vincenz. Der achteckige Turm ist 21 Meter hoch, dies ist für einen Leuchtturm eher klein. Das Licht selbst liegt nur 15 Meter über dem Boden, aber seine exponierte Lage auf den etwa 90 Meter hohen Klippen machen es zum höchstgelegenen Licht in England und Wales. 1988 wurde der Turm außer Dienst gestellt und ist nun im Besitz des Nationaltrast. Ursprünglich gab es ein Stück entfernt auf der Kante der Klippen einen weiteren Leuchtturm. Brachte man die Lichter bei der Türme in eine Linie, befand man sich in der befahrbaren Rinne. Die Gurt Vincenz veränderten sich jedoch in den folgenden Jahren und diese Peilung wurde gefährlich ungenau. Der untere Leuchtturm wurde schon 1910 nicht mehr genutzt. Heute befindet er sich in einem privaten Garten, er läuft wegen der Erosion der Klippengefahr, ins Meer zu stürzen. Walmer Castle Um 1540 wurde im Auftrag von König Heinrich VIII. mit Walmer Castle eine völlig neue Art einer Festung errichtet. Im Gegensatz zu den bis dahin üblichen Hohenbergfrieden ist Walmer Castle ein sehr gedrungener Bau. Zu diesem Zeitpunkt nahm der Gebrauch von Schießpulver zu und hohe Mauern boten eine Angriffsfläche. Walmer gehört mit die Lonsandun zu den drei Festungen, die errichtet wurden, um einen durch die Gurt Vincenz geschützten Ankerplatz zu sichern. Den Mittelpunkt des Gebäudes bildet ein runder Bau, der von einem offenen Innenhof umgeben ist. Dieser wird wiederum von einer konzentrischen Mauer geschützt. Von ihr gehen vier halbkreisförmige Bastionen aus. Die Dächer und Bastionen waren mit Kanonen bestückt. Eine Galerie verläuft im Untergeschoss rund um die Burg. Hier gab es 32 Scharten für Faustfeuerwaffen um den Graben zu sichern. Während der Tudor-Zeit war die Burg in Kampfhandlungen verwickelt. Im Englischen Bürgerkrieg, 1642 bis 1651, wurde die Burg kurzzeitig belagert. 1708 erhielt Walmer eine neue Rolle als Residenz des Lord Waden auf den Schink-Wepports. Eine Folge davon war der Verlust des militärischen Einflusses in Fragen der Funktion und der Ausstattung der Burg. Das Innere ist nun ein komfortabler eingerichtetes Landhaus. Dielkassel 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 Dielkassel